Ich hatte nie das Gefühl, machtvoll zu sein. Man müsste ja auch mal definieren, was bedeutet Macht oder was heißt Macht. Du wirst ja sehr geschätzt und die Menschen lieben dich ja für deine klare Haltung. Es gibt doch zu lachen. Jedenfalls viele, sagen wir mal viele. Nicht alle, aber viele. Aber man ist so ein kleines Rädchen im Getriebe, das ich selber nie sagen würde. Über 23 Jahre hatte ich Macht. Ich habe ja nicht mal Macht zu Hause.